mal herz willkommen zu einer neuen folge mein kopf der underwater du hast dich ja gar nicht runtergebaut irgendwo doch ich habe mich runtergebaut aber wo denn ok ich wusste schon von vornherein ist irgendwie schwierig da habe ich keine eisen mehr oder keine ich verstehe aber nicht wie sie wieder zeigen kann dass es nicht funktioniert ja das ich brauche mich einfach hier irgendwo runter du kannst duplizieren wir mit dem kessel wir merken wir gehen da nicht rein in den kessel hast du hast du hast es geschafft diese brühe zu brühen ja soweit bist du schon ich habe nur eine kurskarte richtig ist aber du kannst du schon brühen stimmt und dann der kessel muss da irgendwie wenn diese diese brühe das ist das was ich meine dass diese diese wie wenn ihr zu viel wird dann kriegst du damit ihre schaden was was geschafft ja wie weit bist du was hast du getan dass du so weit bist du musst mal ein bisschen auf mich warten ich bin nicht so schnell ich habe nur eine quest abgeschlossen kreis denn ich habe man schon die quest habe ich abgeschlossen das war hier diese drei bälle sind dass diese drei kugeln keine andere habe ich abgeschlossen bisher und wie hast du dir abgeschlossen na höhe tiefe aber ich fahr doch gerade beim bad walk und jetzt noch hoch bauen manchmal frage ich mich mit wem mache ich das überhaupt ach so ich dachte du fragst dich das immer ja auch so jetzt der welt spread out of you das heißt das habe ich es geschafft und habe es geschafft jetzt darf ich alles wieder ja viel spaß aber ich war doch gerade beim bad walk warum hat es da nichts angezeigt kann ich die brühe ja abbauen kannst du nicht aber ich würde mal bis bisschen auf die brühe aufpassen das ist wir schon noch besser abbauen digga ist ja schon dort wo und so kannst du wahrscheinlich auch die iron nuggets stimmt tu mal dort die iron nuggets rein mal sehen ob da was passiert nein es kommt darauf an wie du das zubereitest du musst ein element rein machen also das was du so siehst über mich ja das seit über mich zu siehst und das wie kriegst du das hat ja sein auch sein eigenes element das musst du reinschmeißen dass die brühe ein effekt bekommt und dann dass die kreide was du verwandeln möchtest wie kriegt man das das indem du das item daran schmeißen tust welches item was du haben möchtest du jetzt was du haben möchtest erde und sauerstoff aber jetzt werde und jetzt habe ich das auch abgeschlossen sehr gut habe ich jetzt was bekommen auch dass du nicht bei mir so aber ich habe nichts bekommen und du musst das erst gehaften ach so deine nächste kreis ist das gehaften habe ich sogar gerade das teil sogar schon mal gesehen deswegen weiß ich wenn man das kraft ist quats 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 habe ich tatsächlich helfen wo kriegs und die dann das sauerstäbchen her ach so du musst du es wahrscheinlich musst du das alles mal in dieser verzauberten merkbank machen nur manches ach so aber aber so nicht und das ja aber den großteil davon also das was du jetzt braucht dass das musst du machen und jeder hat auch die steine hä muss ich jetzt mein traum und omica thermometer opfern ja also ich will es auch ohne was das ist hier ob das so ein ersatz ist ja hast du leder ja habe ich zu eisen ja leder eisen brauche ich noch was ich muss erst mal also fragen gehen wieder und sonst brauche ich nichts okay also mein traum an omica mein thermometer dass das und jetzt eisen jetzt habe ich total so jetzt bin ich genauso weit wie du glaube ich wie ziehe ich das mir an gar nicht ist einfach so neben alten ach so wenn du das in der hand ist sieht sich das an und was mache ich jetzt jetzt habe ich das gemacht und jetzt kannst du weiter gucken jetzt habe ich nichts mehr ach so ach so jetzt habe ich hier das ich brauche so ein fan so magie wie kriege ich magie so und jetzt musst du mir das mit dem tiegel zeigen was tügel ja wie mache ich das auch mit dem ziegel auch einmal so eine schab so sowas hier von denen müssen wir jetzt hier so ach du musst er erst mal feuer drunter packen so ich nur so ich ja und dann wasser oder jetzt wasser rein okay also so wie beim normalen oben quasi ja und jetzt werfe ich das da rein was du so brauchst warte ich möchte kurz meinen kommentiert das blubber das ist lustig das blubber okay also so langsam kommen wir voran jetzt was musst du machen ich brauche ich muss so ein blank laser focus machen und klang dazu wenn ich wenn ich auf aura magie gehe dann basic thomas dings da ach jetzt glaube ich erst mal zu dem zu dem zauberstab noch nicht machen das noch nicht machen das können wir noch nicht machen alchemie ach alchemie musst du alchemie musste diese staub herstellen du brauchst dafür ein feuer oh mein gott oder so und jetzt war es falsch glaube ich du siehst aber du siehst doch hier so was du brauchst ich kann da was nichts muss ein eise schmeißt du rein ja so also siehst du ein buch so aber in den kessel musst du einmal das drin haben diese elemente und das sind auch verschiedene items du erst mal die müssen rein und dann dieses eisen dann verwandelt sich das so das jenige aber jetzt habe ich kein 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 sohn sohn monocle dings mehr thermometer hast du noch eins ein ich habe so ein handschuh ach so das kann man einfach mit stimmen mit schrift kann man das mal ich glaube dieser handschuh war das nutzloseste was man je gekauft hat ich weiß nicht wofür man den handschuh braucht aber was hat denn werkzeug instrument werkzeug magie und erde oh mein gott weißt du was hat ich könnte jetzt meine eisen picke da reinwerfen hier haben wir fünf erde dann machen wir scheiß magie brauchen wir ein lapis eins oh mein gott ich hab's magie ich hab's ich hab's schön was mache ich jetzt weiß ich doch nicht abschließend was dein nächste quest ist magie ach jetzt verstehe ich das du musst die items reinmachen aus dem dies besteht ach so und jetzt ein direkt feuer was hat feuer entweder die kristalle oder wenn du mal mit shift so rüber gehst feuerzeug kohle hat feuer ja alles was und brennt alles was brennt perfekt was musste ich jetzt noch mal rein machen was ist denn ach was ist denn hast du ein word flash ja in der tor habe ich noch ein word flash habe ich okay ja jetzt ist es einfach wenn man es begriffen hat wenn man es verstanden hat was ist denn was ist denn was ist denn immer schwieriger magie und erde ich würde sagen dass das für die folge gewesen wenn es euch gefallen hat lasst ein like da abonniert aktiviert die klark um keine videos mehr zu verpassen bis zur nächsten folge und tschau 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 tschau